Das wird fantastisch. Zum Glück hat Oma abgespielt. Ich hab ein leckeres Rezept erarbeitet. Und ich hab alle meine Zutaten hier. Wow, guck dir die Farben an. Das war die letzte Klasse. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich brauch noch Sahne. Hoffentlich hab ich genug davon. Ich will alles komplett bedecken. Sowas Cooles hab ich noch nie gemacht. Ich fühl mich so lebendig. Als nächstes kommen Streusel. Die müssen einfach sein, oder? Uh, das sieht voll gut aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich kann nicht länger warten. Ich muss es probieren. Oh, mein Magen. Jake, was machst du da? Uh-oh, erwischt. Leg den Strohhalm weg, sofort. Nicht schon wieder, Jake. Erinnerst du dich noch an letztes Mal? Ich bin sehr enttäuscht. Mir bleibt nur eins übrig. Nein! Wartet mal, seht ihr das auch? Was ist da denn los? Das gefällt mir gar nicht. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Wow, das war voll cool. Wird Zeit für eure Kochchallenge. Was ist das? Ich weiß es nicht. Äh, Rechtschreibung ist knifflig. Aber egal, ich will, dass ihr mir eine gute Pizza macht. Was? Mal sehen, was hier drunter ist. Was soll das sein? Oma, alles okay? Uh, das ist Pizzateig. Warte mal, ist das alles? Oh-oh, da ist das Funkeln in deinen Augen. Hände weg, alte Dame. Der gehört mir. Leg dich bloß nicht mit mir an. Lass los. Niemals. Hör damit auf, ich sag's Mom. Denkst du, ich hab Angst vor ihr? Wow. Pass auf. Nein. Fang ihn auf. Das ist alles deine Schuld. Ich nehm den trotzdem. Oh nein, das tust du nicht. Warum machst du das? Ich war in Panik. Das hält mich aber nicht auf. Gib den her. Du solltest öfter deine Füße waschen. Aber wenigstens gibt das dem Tag einen käsigen Geschmack. Ich gare ihn auf dieser Herdplatte. Die muss ich noch hochdrehen. Ich möchte, dass er schön knusprig wird. Ziemlich gut war es. Und was mach ich jetzt? Ah, ich weiß. Schokolade hilft doch immer. Wer sagt, dass Pizza aus Teig sein muss? Daraus wird meine süße Basis. Ich werd die Schokolade zuerst schmelzen. Dafür nehm ich den Fünn. Schleppst du den immer mit dir rum, sag mal? Klar, was denkst du, warum meine Haare so toll aussehen? Ups, der darf nicht andrennen. Ich dreh den jetzt um. Sieht sehr gut aus. Ich nehm Sahne statt Tomatensauce. Und ich hab eine süße Idee. Okay, ich male ein Smiley-Gesicht darauf. Boah, was für ein glücklicher Fuß. Nun kommen Streusel drauf. Die geben dem Ganzen Farbe. Nenn mich Streusel-Bay. Oh, es wäre schade, den zu essen. Äh, Liam? Oh ja, das passiert wirklich. Ich verteil die Schokolade schön dünn. Und dann warte ich, bis sie fest ist. Wow, meine Basis ist fertig. Hm, ich probier mal was aus. Ich wollte mich schon immer mal zur Zauberschule. Pizza Bellagius. Wow, das hat echt geklappt. Ich hab es grad erfunden. Das versteh ich nicht, aber meine ist mit Liebe gemacht. Bäh, irgendwas richtig komisch, Oma. Eine Schokopizza? Du kennst mich voll gut, Liam. Hm, wer wird gewinnen? Liam hat gewonnen. Wow, hast du das gehört? Gut gemacht, Süßer. Ah, das ist so schön. Äh, mit wem spricht er da? Mh, saftige Garnelen und leckere Spaghetti. Ah, hab schon verstanden. Der Junge liebt Nudeln. Okay, ich werde nicht enttäuschen. Es geht doch nichts über Omas Kochkünste. Ich geb meine Nudeln in den Topf. Ach, wie entspannend. Das sieht schon ziemlich lecker aus. Wie kann ich nur gegen sie gewinnen? Nachdenken. Warte mal, ich hab's. Ich mach das mit Kaugummi. Einen Versuch ist es wert. Das könnte tatsächlich klappen. Hat doch Ähnlichkeit mit Nudeln. Ich hab da ein gutes Gefühl bei. Ich leg den auf den Teller. Und richte ihn an wie Spaghetti. Aber ich brauch auch noch Soße. Und ich weiß auch schon welche. Ich nehm Schokosirup. Jake ist eine richtige Naschkatze. Sein Zahnarzt schimpft immer. Was noch? Wie wär's mit veganen Gummibärchen? Die sind süß und zäh und geben dem Ganzen mehr Geschmack. Das ist ein richtiges Gourmet-Essen. Hey Oma, guck dir das mal an. Oh, sehr kreativ, mein Lieber. Aber wart's nur ab. Ich brauch noch veganen Käse. Der wird nun geteilt. Ich muss mich nur an Senseis Worte erinnern. Diese Hände sind Waffen. Werden aber nur für Gutes eingesetzt. Und zum Hacken von Käse. Wow, das war so cool. Du warst wie ein Ninja. Autschi. Das war lang Tültraining, mein Schatz. Ich bleib lieber bei Mathe. Egal, ich kümmere mich nun um mein Nudelgericht. Ich steche mit den Löffeln in den Käse. Und dann zerkleinere ich den. Oh, das sieht gut aus. Genauso wollte ich das. Und nun schütte ich das auf den Teller. Und schon habe ich einen ausgehöhlten Käseleib. Und wie geht's meinen Nudeln? Oh, fast fertig. Jetzt zum lustigen Teil. Die Nudeln kommen in den Käseleib. Das ist eine tolle Schüssel. Und nun streue ich noch Käse darüber. Wow, das ist echt clever. Was zum... Zurückbleiben bitte, jetzt wird's heiß. Denn ich schmelze den Käse. Genau nach meinem Geschmack. Schön geschmolzener Käse, lecker. Ja, das müsste reichen. Halt das mal. Und wie ist es? Finden wir es heraus. Wow, schau dir das nur an. Ich kenne einen süßen Jungen, dem das schmecken wird. Ich spreche von dir, Jake. Wow, ich will das. Warte, du hast mein Gericht noch nicht gesehen. Es ist voller Süßigkeiten. Die sehen beide gut aus, aber Liam liegt vorne. Sorry, Omi. Zweimal in Folge? Yeah! Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Bäh, diese Pommes schmecken ekelig. Könnt ihr da was machen? Meint er das ernst? Keine Sorge, ich hab's. Gib mir eine Sekunde. Hallo? Ja, ich würde gerne was bestellen. Eine Portion deiner leckeren Pommes. Hey, bestell zwei Portionen. Einen Moment bitte. Ja, machst du mir zwei? Na klar. Nein, warte. Ich will noch mehr. Ich will zehn Portionen. Was ist das dein Ernst? Wie viel willst du? Zehn? Äh, nein. Ich will alle. Ich glaube nicht, dass das geht. Bist du sicher? Vergiss das. Mach mal die größte Portion, die du hast. Das sind eine Menge Pommes. Das kannst du laut sagen. Mach sie einfach riesig. Hey, der Kunde ist König. Das wird mich einiges kosten. Hä? Das kann doch nicht sein. Schon da? Wow, die ist riesig. Seht ihr das auch? Bitte sehr, Jake. Du wolltest Pommes. Wow, fantastisch. Und was mache ich jetzt? Hm, das wird schwieriger. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Gib mir doch bitte mal den Apfel, mein Schatz. Was? Willst du den? Okay, hier, fang. Danke, mein Schätzchen. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, ich weiß. Ich brauche einen Löffel. Ich steche um den Apfel herum. Dann kann ich das Innere auslöffeln. So sollte es gehen. Das hier kommt zur Seite. Denn ich brauche nur das hier. Aber ich muss den mit was füllen. Ich werde noch diesen Apfel schälen. Das ging ja schnell. Jetzt zu den Pommes. Das war zu einfach. Die fülle ich jetzt in den Apfel. Die sehen schön knackig aus. Und ich mache eine Portion Apfelpommes. Dann ritze ich noch ein Logo hinein. Ich bin fertig. Schaust dir an, Jake. Wow, das ist voll cool. Ich bin hin und her gerissen. Welches nehme ich denn jetzt? Ist doch ganz einfach. Ja, wähle mich. Äh, okay, los geht's. Liam gewinnt. Der hat echte Pommes. Yes, ich bin der Beste. Komm, Kumpel, lass uns essen. Ihr verpasst was. Was macht ihr denn da? Wow, ich bin ein Künstler. Er weiß schon, dass wir noch hier sind, oder? Bin fertig. Jetzt muss ich das noch falten. Das wird euch gefallen, vertraut mir. Diesen Zaubertrick habe ich geübt. Ich muss den noch abdecken. Abracadabra und es weg. Er ist ein Zauberer. Nein, das ist unmöglich. Danke, ihr seid ein tolles Publikum. Hey Liam, guck mal in deine Tasche. Was, warum? Warte, ist da was drin? Äh, das kann nicht sein. Niemals, das kann nicht sein. Ist das aufregend. Du musst mir zeigen, wie das geht. Mach auf. Das ist ein Burger. Was bedeutet das? Hm, das muss ein versteckter Hinweis sein. Ah, ich hab's. Ich fang lieber mal gleich an zu kochen. Zuerst breite ich alle Zutaten vor. Ich denke, das sind alle. Ich fang mal mit dem Käse an. Der ist bereits geschnitten. Und den lege ich aufs Backblech. Sechs Scheiben sollten reichen. Dann kommen die Brötchen drauf. Da sind sie. Hm, ich brauche Liams Föhn. Mit dem werden sie erwärmt. Okay, es ist zu weit. Sie ist echt verrückt geworden. Ich kann nicht hören. Ich weiß, was ich hier mache. Jetzt kommt das Schneidebrett auf das Blech. Und ich drehe es um. Der Käse ist geschmolzen. Nun zum Belag. Diese veganen Pattys sind so saftig. Ich lege noch Tomatenscheiben obendrauf. Und dann kommt noch ein bisschen Ketchup drauf. Mit Senf hunde ich das Ganze ab. Und nun klappe ich die Brötchen um. Und das war's. Granny's Burger. Was sagst du dazu? Ganz okay, denke ich mal. Aber ich kann das noch toppen. Schau es dir an. Ein einfaches Brötchen. Aber ich werde es in etwas Besonderes verwandeln. Ich habe auch einen Zauber-Tracker-Flager. Ich decke das Brötchen mit diesem geheimnisvollen Tuch ab. Und nun muss ich mich konzentrieren. Was machst du da? Lass mich mal machen. Es geht los. Ich kann es fühlen. Ich glaube, es ist soweit. Schau dir das an. Wow, das ist voll cool. Wie hast du das gemacht? Und es kommt noch besser. Ich habe solche leckeren Kekse. Die kommen ins Brötchen rein. Mh, so weit, so gut. Wie wäre es noch mit mehr Süßigkeiten? Was ist dir lieber? Äh, Duster. Ausgezeichnete Wahl, mein Herr. Die kommen auf die Kekse. Das ist ein tomatenfreier Burger. Okay, Marshmallows oder Chips? Ähm, die. Die Marshmallows? Sehr gut. Ein Mann mit ausgezeichnetem Geschmack. Sie müssten reichen. Aber es kommt noch mehr. Wie wäre es mit Schokoraspeln, hm? Die verstärken das Aroma. Ich hoffe, du bist nicht auf Diät. Okay, das brauche ich nicht mehr. Ich glaube, da fehlt noch was. Ach, natürlich, Soße. Aber kein langweiliger Ketchup, sondern Schokolade. Mh, das sieht super aus. Und nun kommt das Brötchen drauf. Mein Meisterwerk ist fertig. Ich bekomme schon Zahnschmerzen vom Ansehen. Wow, das habt ihr gut hinbekommen. Ich will beide essen. Oma hat den klassischen Burger gemacht. Liam war aber einfallsreich. Das gewinnt ihr beide. Was? Ich hab gewonnen. Komm her, Oma. Nichts geht über Omas Hausmannskost. Man fühlt sich dann einfach besser. Es ist Zeit, das herauszufinden. Hallo, Liebling. Oh, äh, hallo. Was guckst du? Ich hab was zu essen für dich, Buddy. Was soll das sein? Ich muss etwas für Tina dabei haben. Wie unangenehm. Was sagst du denn dazu? Ach, so ist das also? Das ist ja angespannt. Es reicht. Stopp. Dafür gibt es nur eine Lösung. Hey, komm her. Du weißt, was zu tun ist. Es ist Zeit für eine Challenge. Dann mal los. Seht euch das an. Eure erste Challenge. Popcorn? Na gut. Das ist doch ganz einfach. Diese Fledermaus ist frisch. Diese Blätter hab ich heute Morgen gepflückt. Und auch Schokolade nicht vergessen. Mh, sieh dir das an. Und schließlich der Popcorn-Mais. Es geht nicht ohne ihn. Und jetzt der Zauberspruch. Geister, ich befehle euch. Knallt den Mais. Ich fühle mich so lebendig. Es ist wunderschön. Brodel, brodel, Aldi-Mädel. Ja, es sieht gut aus. Ach, Schluss damit. Ich fange sie besser. Ich habe meine Tüte gleich hier. Oh, das macht Spaß. Sie hat es tatsächlich geschafft. Das wird reichen. Sieht lecker aus. Sehr gut gemacht. Wir warten noch. Du schaffst das, Oma. Hey. Ich kann dir helfen. Aber wie? Oh, die Hand. Ich brauche deine Hilfe. Gib diese Bonbons der Oma. Ich zähle auf dich. Lass mich nicht im Stich. Was? Oh, das ist eine körperlose Hand. So eine brave Hand. Schmecke ich die Fledermaus? Moment mal. Du hast mich verraten. Ich mache aus dir eine Haxensuppe. Mann, sie hat Wutprobleme. Ich habe eine Idee. Ich gebe etwas Öl in die Pfanne. Also rein mit dem Mais. Und die Bonbons. Jetzt warte ich, bis sie gar sind. Ich lege einen Deckel drauf, um alles zu beschleunigen. Die Maiskörner platzen schon. Na schau. Die Bonbons färben sie. Das reicht völlig aus. Wow, wie bunt das aussieht. Ich bin fertig. So ein schönes Popcorn habe ich noch nie gesehen. Ekelhaft. Du wirst meins lieben. Meine Oma hat das toll gemacht. Bitte lass sie gewinnen. Okay. Du gewinnst, Oma. Oh wow. Vielen Dank. Du weißt nicht, was du willst. Hm, lecker. Was kommt jetzt? Das sieht gut aus. Psst. Wie wäre es damit? Du bist so nervig. Das ist es. Bei der nächsten Challenge geht es um Brot. Das kann ich schaffen. Hm, wie funktioniert dieses Ding? Was macht sie da? Es klingelt. Hallo. Wen ruft sie an? Perfekt. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss nur warten. Oh, das ging aber fix. Ha? Oh, hier. Behalten Sie das Wechselgeld. Was für ein netter junger Mann. Mal sehen, was ich da habe. Das ist Betrug. Na gut. Zwei können dieses Spiel spielen. Hallo. Können Sie mich hören? Ich will eine Lieferung. Wow. Schneller Lieferung. Vielen Dank. Ahem. Danke, mein Freund. Immer noch hier? Hm? Gib das her. Toll. Lass uns später abhängen. Man gibt nicht auf. Na gut. Das sollte genügen. Du raubst mich total aus. Du solltest eine Maske tragen. Das war ein guter Arbeitstag. Mal sehen, was ich hier habe. Was? Kohle? So ist das also, ja? Hey, alte Frau. Hey. Willst du was Cooles sehen? Das klappt immer. Aber, aber das ist Diebstahl. Genial, oder? Oh, oh. Ist der zurück? Hallo, Kleiner. Moment. Lass uns drüber reden. Das ist noch nicht vorbei. Du stehst auf meiner Rache-Liste. Äh, halt mich da raus. Ich mache besser mit meinem Rezept weiter. Ich lege ein Marshmallow zwischen zwei Brotscheiben. Jetzt schneide ich mit einem Glas einen Kreis aus. So wie hier. Ich lege den Brotkreis in das heiße Öl. Ich möchte, dass es schön goldbraun wird. Es ist knusprig, knackig und zähflüssig. Ich bin ziemlich zufrieden damit. Das ist doch langweilig. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht kann ich diese Reste verwenden. Hm, ich habe eine Idee. Ich rolle das Brot zu einer Spirale. Ich möchte, dass es eng bleibt. Ich stecke ein Holzstäbchen hinein, um es festzuhalten. Dann tauche ich es in Butter. Ich möchte es komplett beschichten. Dann gebe ich es in Zucker. Das war's. Leckere, süße Snacks. Die sind fast so süß wie ich. Denkst du, Betty? Das ist mir völlig egal. Ich denke, meine Oma sollte gewinnen. Oh, du bist so lieb. Schade für dich. Gut gemacht. Oder was auch immer. Ich frage mich, was es diesmal sein wird. Mir fällt nichts mehr ein. Oh, ein Apfel. Mach etwas damit. Das ist schon eher so. Ich sollte mich besser vorbereiten. Oh, ich fühle mich süß. Ich liebe die Gartenarbeit. Und ich bin so gut da drin. Das ist sehr entspannend. Ich pflanze diesen kleinen Kerl besser ein. Rein mit dir. Ich schiebe es gleich da rein. Ich hoffe, du bist durstig. Ich habe hier ein kistliches Wasser für dich. Trink aus. Das sollte reichen. Jetzt lasse ich es anbauen. Das dauert eine Weile. Nix los. Nö. Gar nichts. Was? Ich bin wach. Das ist so tragisch. Komm schon. Das ist es, was du willst. Beeindruckend, was? Das hast du angebaut. Wow. Ich benutze es, um Prinzessinnen in Märchen anzulocken. Und jetzt gib mir die Äpfel. Aua. Das war wirklich lustig. Das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche noch eine Sache. Ich lege den Apfel auf den Ständer. Dann lasse ich die Maschine ihre Arbeit erledigen. Sie schält ihn für mich. Ich muss mich einfach zurücklehnen und entspannen. Und das war's. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich entkerne den Apfel. Ich nutze dafür einen Löffel. Da ist noch was drin. Als nächstes lege ich Bonbons ins Loch. Ich kann ihn jetzt beiseite legen. Ich habe ein Stück Teig. Ich schneide ihn in Streifen. Perfekt. Jetzt kann ich sie um den Apfel herumwickeln. Ich möchte sie übereinander legen. So wie hier. Jetzt ist es Zeit, ihn in den Ofen zu schieben. Ich will, dass das Gebäck golden ist. Das sieht aber lecker aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Versuch mal, das zu schlagen. Wo hat sie das gelernt? Ich muss nachdenken. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Wie mache ich was vor? Es muss noch beeindruckender sein als das. Autsch. Warte. Ich habe etwas. Wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Aber es gibt noch etwas anderes. Ein Donut. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Zuerst schneide ich den Apfel in Stücke. Dann muss ich den Kern entfernen. Ich habe einen schönen Apfelring. Ich stecke einen Holzspieß hinein. Dann tauche ich ihn in den Teig. Ich werde alles beschichten. Jetzt ist es Zeit, ihn zu braten. Sieh dir diese Blasen an. Ich möchte, dass der Teig komplett gebacken wird. Er darf nicht matschig sein. Dann tauche ich ihn in geschmolzene Schokolade. Das ist jetzt zum Anbeißen. Jeder liebt Schokolade. Zum Schluss füge ich noch Streusel hinzu. Das sind gesunde Donuts. Aber sie schmecken großartig. Die riechen fantastisch. Du kotzt mich an. Gut gemacht, Oma. Bravo. Du hast gewonnen. Hast du das gehört? Ich habe gewonnen. Juhu. Sieh dir das an. Wir sind so verschieden. Aber gut. Die nächste Challenge ist Würstchen. Mh. Lecker. Und was nun? Mein treuer Eimer lässt mich nie im Stich. Oh, das habe ich ganz vergessen. Das beste Haustier, das ich je hatte. Sieh dir auch all diese Federn an. Vorsicht, ich habe Allergien. Ich konzentriere mich auf mein Gericht. Ich habe einen Kopf voll mit Leckereien. Mal sehen. Aha. Oh. Eine Wolle. Hä? Was macht sie denn da? Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Ich würde es bereuen. Das würde eine tolle Überraschung sein. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ist das eine Schlange? Habe ich dich? Ach. Du bist die Schlimmste. Nimm das. Aua. Wo bin ich? Es war nur Wolle. Gib mir das. Warte. Ich weiß schon. Ich lege ein Würstchen in die Pfanne und schiebe Spaghetti rein. Genauso. Ganz durch. Ich will, dass das Würstchen in der Mitte ist. Dann gebe ich sie in kochendes Wasser und warte, bis es gar ist. Das reicht schon. Eine christliche, sättigende Mahlzeit. Ich würde das essen. Du spielst diese Spielchen, hm? Jetzt ist es persönlich. Bitte Schluss damit. So verzweifelt. Geht es dir gut? Puh. Gefunden. Ich wusste, dass ich ein Würstchen hatte. Du musst so stolz sein. Ich stecke ein kleines Stück Nudeln in das Würstchen. Dann den Mais auf die Nudeln drücken. Ich mache das rund um die Wurst. Ich möchte sie mit Mais bedecken. Es dauert eine Weile, aber das ist es wert. Nun zum Brötchen. Ich werde es in zwei Hälften teilen. Dann das Würstchen hineinlegen. Ich gebe etwas Soße dazu. Ich mag es scharf. Je schärfer, desto besser. Ich könnte es jetzt sofort essen. Ist das nicht fantastisch? Die Entscheidung liegt bei euch. Meine Omi gewinnt. Einverstanden? Ja. Nimm das. Ich liebe Schokolade. Ich liebe Schokolade. Halt. Keinen Bissen weiter. Kein Süßkrampf vor dem Frühstück. Ih, ekelhaft. Das will ich nicht. Wie geht's? Hey, willst du ein paar Gummiewürmer? Die schmecken genial. Was soll das? Nimm die Würmer weg. Das will ich nicht. Siehst du, sie will meine Süßigkeiten. Nein, ich will gar nichts davon. Na los, nimm dein Essen. Nein, halt nein. Geht weg. Wow, was passiert hier? Sieht nach einer Challenge aus. Los geht's. Yes, ein Schokoriegel. Hm, Schokolade ist das Beste. Schokolade? Ich bin älter als du. Lass mich anfangen. Danke sehr. Mal sehen. Oh, ich habe Schokoladencreme. Lecker. Ich sehe besser mal nach, ob sie noch gut ist. Gut, dass ich einen Löffel dabei habe. Das sollte reichen. Mh, vorzüglich. Ach, ein zweiter Löffel wird schon nicht schaden. Das wird gut. Mh, 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 mh. Wow, Oma, das sieht richtig lecker aus. Mal sehen, was ich habe. Huh, ein Schokoriegel. Ich wette, ich wette. Nein, lieber nicht. Oh, nee. Ah, so süß. Oh, nein. Ich habe die ganze Schokocreme aufgegessen. So ein Mist. Ich bin so ein Vielfraß. Vielen Dank. Das ist genau, was ich brauche. Moment mal. Was ist es? Ich gieße die Milch in das Glas. Und das Glas füllt sich. So, das war das ganze Milchglas. Okay. Nun muss ich das Glas gut verschließen. Das wäre erledigt. Jetzt noch etwas durchschückeln. Oh, die Musik bringt mich in Steppung. Dann tradiere ich doch gleich meine Muskeln. So, das war's. Nun kann ich das Glas wieder aufmachen. Nun füge ich noch etwas Schlagsahne hinzu. Quasi als Sahnehäubchen. Oh, da möchte man glatt eintauchen. Noch mehr Sahne. So süß und lecker. Genug davon. Nun kommen Zuckerstreusel. Mit Zuckerstreuseln kann man nie etwas falsch machen. Die landen nun auf dem Sahnehäubchen. Nicht so viel, nur ein bisschen. Wie viel Uhr ist es? Oh, Zeit für ein Nickerchen. Das bringt mich auf eine Idee. Zeit für meinen verlässlichen Föhn. Damit schmelze ich die Schokolade. So flüssig. So weit, so gut. Jetzt kommt die Schere zum Einsatz. Ich schneide diese Ecke ab. So kann ich die geschmolzene Schokolade herausdrücken. Zieht euch diese leckere Schokolade rein. Nur noch ein bisschen. Das reicht. Erinnert mich an einen Hundehaufen. Jetzt tausche ich es mit Omas aus. Jetzt habe ich das Gute und sie das schlechte Gericht. Oh, me. Oh, meine Güte. Das sieht lecker aus. Her mit dem Strohhalm. Lecker. Das ist sowas von gut. Danke, großer Bruder. Großer Bruder? Was redet sie da? Das hat Oma gemacht. Wie? Was ist das? Ein Hundehaufen? Hey, das riecht wie Schokolade. Es ist Schokolade. Echt lecker. Ihr beide habt gewonnen. Immerhin ein Happy End für uns beide. Jetzt will ich Chips haben. Knusprig und lecker. Wow, gute Wahl. Darauf freue ich mich. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, okay. Ein Tortilla Wrap. Damit kann ich arbeiten. Den lege ich auf Backpapier und ein Backblech. Fehlt noch Olivenöl. Dann träufle ich etwas Öl über den Wrap. Natürlich muss er gut gewürzt sein. Etwas Pfeffer sollte reichen. So weit, so gut. Ab in den Ofen damit. Puh. Hey, was machst du? Oh, ups. Ich habe mich ablenken lassen. Und was habe ich bekommen? Oh, eine frische Kartoffel. Wie ungewöhnlich. Die wird nun klein gehackt. Perfekt. Das ist die ideale Größe für Kartoffelchips. Die landen nun für ein paar Minuten im Toaster. Abwarten und Tee trinken. Hm. Was riecht hier so? Ist das Rauch? Oh, ich rieche das auch. Ah, mein Wrap. Schnell, beeil dich. Wie lange dauert das denn noch? Oh, sie sind fertig. Ich fange sie besser. Sehr schön. Oh, oh nein. Out. Hier fangen. Aua, Oma. Das ist zu heiß. Ab in den Mund. Hm, echt lecker. Sehr gut, Oma. Oh, das freut mich zu hören. Ach, Manno. Mein Wrap ist komplett verbrannt. Iiih. Oma gewinnt. Ja, das riecht ekelhaft. In dieser Runde möchte ich Eier essen. Oma, dieses Mal fange ich an. Es ist kein Geheimnis. Darunter sind vermutlich Eier. Richtig? Oma, kann ich mir eine Pfanne ausleihen? Aber natürlich. Ich habe immer eine dabei für alle Fälle. Danke. Mal überlegen. Was koche ich? Ich habe diese drei Hühnereier und eine Bratpfanne von Oma. Was koche ich bloß mit dem ganzen Zeug? Vielleicht ein Rührei oder doch lieber? Süß, wie er sich anstrengt. Und was habe ich? Du meine Güte. Ich habe auch drei Eier. Ich weiß schon, was ich kochen werde. Ich brauche einen Wasserkocher. Das macht gar keinen Sinn. So weit, so gut. Nun brauche ich eine Uhr und einen Küchenhammer. Jetzt geht es der Uhr an den Kragen. Ich brauche die Uhrteile. Perfekt. Diese Sprungfeder habe ich gebraucht. Das ist genau das, was ich brauche. Nun benutze ich die Sprungfeder für die hartgekochten Eier. Ich drücke die Sprungfeder einfach durch die Eier hindurch. Perfekt. Die Eier sind jetzt in der Mitte durchgeschnitten. Die Hälften halbiere ich nun noch einmal. Erledigt. Diese Formen sehen lustig aus. Ich liebe sie. Ich würze sie mit Paprikapulver und Sesam, damit sie schön aussehen. Und was stelle ich dann mit der Schale an? Das ist die Lösung. Wow. Das war eine Landung. Jetzt noch die anderen. Yeah. Für den nächsten Schritt brauche ich scharfe Soße. Davon trinke ich ein paar Schlückchen. Oh yeah. Sehr gut. Oh. Scharf. So scharf. Das ist brandgefährlich. Wenigstens sind jetzt die Eier richtig durch. Oh, Liebling. Na ja, er macht das schon. Juhu, Eier. Mein Lieblingsfrühstück. Das probiere ich zuerst. Lecker. So gut. Ja, es schmeckt ihr. Okay, jetzt kommt das zweite Gericht. Los geht's. Oh, ich mag Spiegelei. Hey, was so? Oh, da ist der Schale drin. Die Runde geht an Oma. Ihre Eier waren besser. Jetzt will ich Bubbles. Bubbles sind lustig. Oma, sieh mal da. Was ist das? Gut, mal sehen, was ich habe. Was zum Geier ist das? Wie ist das für Bubbles gut? Ich liebe es, heißen Tee am Morgen durch einen Strohhalm zu trinken. Der Tee ist lecker. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Der altbekannte Föhn ist wieder da. Damit schmelze ich die Bonbons. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ach ja, ich sollte nachsehen, was ich habe. Du meine Güte, das ist aber jede Menge Kaugummi. Hin und wieder esse ich Kaugummi. Achtung, hier kommt eine Kaugummi-Blase. Das ging daneben. Ich brauche wohl noch etwas mehr Kaugummi für eine Blase. Okay, hier kommt Versuch Nummer zwei. Oh, sie ist geplatzt. Haha, witzig. Na gut, ich brauche noch mehr Kaugummi. Rein damit. Das wird die größte Kaugummi-Blase aller Zeiten. Jetzt passiert es. Hier kommt sie. Gleich ist alles geschmolzen. Oh, meine Güte, das steigt mir zu Kopf. Hä, wo geht denn Oma hin? Wow, sie ist echt weit oben. Bye, Oma. Okay, nun sind alle Bonbons geschmolzen. Im nächsten Schritt brauche ich einen Strohhalm. Den Strohhalm stecke ich in die geschmolzene Masse. Sie muss am Strohhalmende festkleben. Jetzt puste ich ein paar Bubbles. Yes, es klappt. Oh, sie ist geplatzt. Echt cool. Das Beste an diesen Bubbles ist, dass man sie essen kann. Oh, du meine Güte, das war ein seltsames Abenteuer. Oma, wie weit oben warst du da draußen? Schon ziemlich hoch. Juhu, Zeit für ein paar Bubbles. Halt, wo sind die Bubbles? Von Oma weiß ich's nicht, aber probier meine. Okay, ich benutze einen Strohhalm. Dann puste ich sie auf. Wow, da ist eine Bubble. Juhu, ich liebe Bubbles. Und jetzt esse ich sie. Hm, sowas von gut. Großer Bruder, du hast gewonnen. Yes, na endlich. Hurra, Oma gewinnt. Ach, Meno, das ist aber schade. Schön, dass es dir so gut geschmeckt hat. Oma, die Blumen sind ein Geschenk für deinen Sieg. Danke, du bist ein Schatz. Cool, glaubt ihr, ihr bekommt sowas hin? Das ist doch nicht schwer. Ah, ah, ich bin jünger, also fang ich an. Danke, Oma. Das ist ein perfekter Maiskolben. Oh, genieße ihn, Schatz. Ich wette, der ist schön saftig. Die Schale ist mir nur im Weg. Du weißt wirklich, was zu tun ist. Yep, traue ich mich. Maishacken. Das wollen wir noch mal sehen. Perfekt, der schönste Maiskolben der Welt. Dann heizen wir das Ding mal auf. Ich mag meinen besonders gut durch. Oh ja, perfekt gegrillt. Voila, jetzt kommt der letzte, aber wichtige Schritt. Maishalter. Tada. Und ein bisschen was Süßes. Aber nicht zu viel. Nur ein schöner, gleichmäßiger Schauer. Schau dir mal diese Köstlichkeit an. Das lassen wir mal so stehen. Ich muss mich um meinen kümmern. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich damit anfange. Ich glaube auch nicht, dass das essbar ist. Es sei denn, ich nutze meinen Verstand. Einige Vertiefungen bilden die Maiskörner. Es kommt auf das richtige Muster an. Jetzt haben wir die Horizontalen. Dann wird es Zeit für die Vertikalen. Eine noch. Jetzt noch etwas in Form bringen. Dann die Holzspieße entfernen. Tada. Das muss erst ausgerollt werden. Nach oben legen. Und den gelben Mais dazu. Der grüne Ton muss vorsichtig drum gelegt werden. Und mit den Fingern andrücken. Hier sieht der herrlich aus, oder was? Das haben wir gut gemacht. Nicht wahr? Ich mag Mais. Hab ich Lust auf was Süßes? Hm. Das bereue ich definitiv nicht. Das ist wie Dessert zum Mittag. Aber der sieht auch gut aus. Oh. Muss das so sein? Ekelhaft. Nee, nicht für mich. Du hast gewonnen, Jared. War klar. Vielleicht beim nächsten Mal, Omi. Und jetzt ein süßer Bonbon. Oh, das wird interessant. Mein Favorit. Frucht-Roll-Ups. Was? Die sind die absolut besten. Und rot ist mein Lieblingsgeschmack. Was zur? Das sieht doch cool aus, oder? Ja, das scheint Spaß zu machen. Oh, komm schon. Ich krieg das nicht auf. Ich werd die wohl nie probieren können. Oma, gib mal her. Ich versteh das einfach nicht. Ich helf dir. Also, das sind ja viele Farben. Ich denke, das war es. Und jetzt? Mach ich einfach. Oh, lass mich mal gucken. Warum sind die Tasten so klein? Die Verbindung ist auch nicht besonders gut. Hier vielleicht? Hm. Ich hab's. Hallo? Ja? Ich brauche Hilfe. Frucht-Roll-Ups. Ja, Madam. Einfach essen, hä? Hm. Wow, danke für deine Hilfe. Nix zu danken. Dann machen wir das hier mal interessanter. Das ist jetzt super gesund. Wie ein leckerer Gemüse-Wrap. Oh je, ich könnte hunderte davon essen. Nee. Ich verliere offiziell meinen Verstand. Einen hab ich noch. Yay. Oh yeah. Aha. Warum hab ich nicht schon früher dran gedacht? Ein Wrap in einem Wrap-Baby. Köstlich. Sieht aus wie ein kleiner Bonbon. Das riecht nicht gut. Eiscreme. Jeder mag Eiscreme. Stimmt's? Ein großer Löffel sollte reichen. Oh ja, das ist schon besser. Und jetzt einpacken. Genau so. Die Seiten noch einklappen. Oh, sieht das nicht entzückend aus? Wie eine Ravioli oder so ähnlich. Ich denke, wir sind hier fertig. Äh, Oma? Oh nein. Ich habe alles aufgegessen. Sieht lecker aus. Aber nur auf einem Teller? Was ist passiert? Oh, Liebes. Aber ich kann dir vergeben. Immerhin habe ich einen Snack zum Probieren. Sieht gut aus. Das ist spektakulär. Du hast diese Runde gewonnen, Jared. Wow, ich wusste, das wird ein Knaller. Okidoki, jetzt wird gepoppt, oder? Viel Glück. Popcorn, hm? Oh, meins ist ja schon fertig. Hier ist noch nichts gepoppt. Die Kerne sehen aber gut aus. Naja. Das ist mein Lieblingssnack. Moment mal. Sieht gut aus. Ich denke, ich kann daraus mehr machen. Yep. Zeit für einen Ausflug zum Gewürzregal. Genau dafür wurde Salz erfunden. Nicht mehr viel. Perfekt. Ok, noch ein bisschen mehr. Jared, das ist Salz. So gut. Nein. Ok. Lassen wir es rieseln, Leute. Ok, das wird mein Meisterwerk. Ach. Ja, ich weiß. Niemand kocht so gut wie Oma. Und wir bewegen uns in die süße Richtung. Es braucht nur ein wenig Vorbereitung. Jetzt kommt die Hitze ins Spiel. Und ein wenig von meiner geheimen Zutat. Gut, jetzt zum wichtigen Teil. Viel Spaß da drin. Oh, fast vergessen. Wir brauchen auch etwas Wasser. Perfekt. Und jetzt kommt die Magie. Schau, wie alles brutzelt. Oh. So ein liebliches Geräusch. Als ob sie da drin eine Tanzparty veranstalten. Und die Schokolade ist auch schon geschmolzen. Schau dir das mal an. Hm. Einfach köstlich. Da fällt mir auch was ein. Schau dir mal dieses Teil an. Oh yeah. Mal sehen, welches sie mag. Schau gut zu. Das ist so spannend. Was soll das denn sein? Ok. Brah. Das ist ja nur Salz. Okay, das sieht schon viel versprechender aus. Mh. Gut gemacht, Oma. Donnerwetter. Ich hab tatsächlich gewonnen. Mh. Das war wieder eine leckere Challenge. Wir hoffen, wir haben deinen Appetit auf Spaß gestellt. Welches Essen würdest du gern mal probieren? Schreib's in die Kommentare. Teile das Video auch gerne mit Freunden und falls noch nicht getan, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.